Also ich sitze hier mit Ralf Schmidt, dem Moderat. Noch mal, ich gucke in die Kamera, hier rein. Also ich muss auf den Punkt gucken. Ne, ne, wenn ihr euch mal unterhaltet, unterhaltet ihr euch, guckt euch an. Wenn ihr anmoderiert, halt immer hier rein gucken, weil dann redet ihr ja mit der Drift. Aber ihr könnt auch so immer mal wieder, weil das ist ja der Zuhörer, immer mal wieder ganz kurz rein gucken. Ja? Ja, ich sitze hier mit Ralf Schmidt, dem Moderator vom Hollywood-Event und vom Weekend of Horror. Guten Tag, Ralf. Hallo, Thomas. Hallo, Leinwandreporter.com. Ralf, erzähl erstmal, wie bist du zu dem Job hier gekommen? Ja, das war ganz einfach. Ich bin vor ein paar Jahren auf dem Weekend of Horrors 3, war das glaube ich, bin ich als Besucher gewesen. Und hab halt da gesessen, dann kam der Michael Berryman auf die Bühne, der Schauspieler aus der Hillside for Ice zum Beispiel. Und der wurde kurz anmoderiert und dann fand da sonst nichts statt. Der stand also auf der Bühne, ganz alleine. Irgendwann stellte keiner mehr eine Frage. Und dann ist er da ein bisschen frustriert von der Bühne runter. Und dann hab ich mir gedacht, da fehlt eigentlich jemand, der das so ein bisschen unterstützt, vielleicht so ein Q&A mal begleitet. Und da hab ich den Veranstalter angeschrieben per E-Mail und hab mal gesagt, wenn du Lust hast, dann mach ich das gern für den nächsten Weekend of Horrors. Ja, und dann stand kurz vorher dann noch ein Movie- und Comic-Event, auch hier in Bottrop an. Da hab ich das dann erstmalig gemacht. Ja, und jetzt mittlerweile schon mehrere Veranstaltungen seit ein paar Jahren. Ich glaube, jetzt das fünfte Jahr sind wir mittlerweile, die ich mit dabei bin. Und natürlich auch beim nächsten Weekend of Horrors dann wieder. Also heute ist jetzt schon der erste Tag vom Hollywood-Event vorbei. Wie hat's denn wirstlang dir gefallen? Ja, also wir hatten wieder super interessante Stargäste. Hier vom Programmablaufbühne hat eigentlich soweit alles funktioniert. Die Stargäste sind auch sehr zufrieden mit der Show. Wir hatten interessante Panels. Heute Morgen ist es ein bisschen langsam angelaufen. Das ist aber auch normal an so einem Tag, in der wurde es dann ein bisschen voller. Highlight für viele sicherlich Michael Dudikoff. Aber auch so kleinere Namen. Oder wir hatten ja Oliver Krekel zum Beispiel hier, der als Produzent und Regisseur seinen Film promotet hat. Also ich fand die Stargäste alle sehr interessant. Publikum, wie immer, sehr angenehm. Interessante Fragen auch aus dem Publikum. Also ich würde sagen, heute, aus meiner Warte, war der Tag erfolgreich. Schon angesprochen mit den vielen Stargästen. Du hattest ja über die Jahre jetzt einige gehabt. Hattest du da schon richtig kuriose Erlebnisse, von denen berichten kannst, kleine Anekdoten? Ja, kuriose Erlebnisse gibt es natürlich. Ich sag mal, so Highlights oder so persönliche Highlights, die möchte man natürlich nicht unbedingt so teilen. Das ist wie mit Vegas. Was auf einer Con passiert, bleibt auf der Con. Also man hat sicherlich schon mit dem einen oder anderen Stargast was unternommen, mal zusammengesessen, mal ein Bier getrunken. Also ich denke jetzt mal ans Weekend davor, zuletzt in Wien, wo wir mit ein paar Leuten von der Crew und Schauspielern auch noch abends unterwegs waren, super gegessen haben, einen super tollen Abend gehabt haben. Klar gibt es da Anekdotengeschichten, aber ich denke mal, die sollten dann wirklich auch auf der Con bleiben. Weil so ein bisschen Privatsphäre muss man den Schauspielern gönnen. Und es ist halt so, wenn man privat mit den Leuten zusammen ist, das sind Menschen wie du und ich. Und das sollte man dann auch respektieren. Und ich sag mal, einfach gewisse Dinge, die brauchen nicht erzählt werden. Okay, was tust du denn noch privat so für Filme? Bist du selber ein großer Filmfan, Sammler, Chineast? Ja, als Sammler sehe ich mich jetzt nicht unbedingt. Ich habe natürlich eine große Filmkollektion, DVDs und Blu-rays zu Hause. Selber bin ich schon seit Kindheit an Filmfan. Habe also relativ früh angefangen. Ich bin geboren in den 70ern, in den 80ern, damals noch VHS, Ende der 90er dann DVD. Kino natürlich immer wieder, früher noch einmal in der Woche. Da ist über die Jahre natürlich einiges zusammengekommen. Mehrere tausend Filme und dutzende Fernsehserien, die ich gesehen habe. Wo natürlich, was auch gut ist für so ein Event hier, dass man mit so einem Fachwissen da reingeht, wo man dann einfach für Fragen aus dem eigenen Fundus schöpfen kann. Ich persönlich habe so, meine Favoriten liegen im Bereich Science-Fiction, Horror. Das hat mich schon immer am meisten fasziniert. Da habe ich natürlich auch Fernsehserien, die mich da begeistern. Das ist dann so mein Ding. Also die alten Hammer-Horror-Filme, die Bond-Filme, da bin ich großer Fan von. Also Hammer habe ich sehr, sehr viele DVDs zu Hause. Also ich würde mich schon als Filmfan bezeichnen. Sammler, ja okay, wie gesagt, da hat sich einiges angestaut zu Hause. Aber das Sammeln überlasse ich dann anderen. So, du hast schon angesprochen, in fünf Wochen haben wir hier das Weekend of Horrors. Das zehnte ist es ja dann, das Jubiläums-Weekend of Horrors. Kannst du uns schon mal ein bisschen anteasern, kleinen Ausblicke im Horror? Freust du dich besonders? Ja, wir haben natürlich für das zehnte Weekend of Horrors, das ist ja jetzt quasi schon fast ein Mega-Event, was wir da an Star-Gästen auffahren. Und für mich persönliche Highlights oder auch generell für die Besucher werden natürlich diese Reunions sein. Wir haben mehrere Schauspieler von Hellracer. Wir haben mehrere Schauspieler von Return of the Living Dead. Wir haben im Prinzip jetzt alle vier Hauptdarsteller aus dem Original, also aus dem Dawn of the Dead von 1978. Und das ist natürlich toll, da werden wir auch sehen, dass wir das mit den Q&As, dass wir da Gruppierungen auf der Bühne machen. Wir haben auch ansonsten viele interessante, in Anführungszeichen, kleinere Star-Gäste, die kommen. Allein die Masse, was geboten wird am Rahmenprogramm, an Schauspielern, also das wird alles sprengen, was wir bis jetzt hier in der Halle gemacht haben. Also generell freue ich mich da auf einen wahnsinnig tollen Event. Wird natürlich auch stressig werden. Ich freue mich schon sehr darauf. Wir werden natürlich auch wieder dabei sein. Dann, Ralf, bedanke ich mich für deine Zeit und wünsche morgen noch viel Spaß auf dem Event. Ich sage auch Danko. Tschüss.